So, guten Morgen, willkommen zu einem kleinen Infovideo bzw. ja, Ankündigung nochmal, damit es keiner vergisst. Ich bin ab morgen, also Montag, dem 3. September, wieder auf Schule und da habe ich unter der Woche kein Internet und auch meinen Rechner nicht zur Verfügung. Also meinen Laptop habe ich, ja, aber der hat in etwa so viel Leistung wie, ja, keine Ahnung, ein Trabi, ne, also so gar keine. Und ja, das Wiegen werde ich jetzt, kann ich, wenn überhaupt, nur noch am Wochenende hochladen, weil ich habe da unten zwar Internet, aber nicht direkt im Zimmer, von daher geht das schon mal gar nicht. Und ich werde meinen Laptop nicht irgendwo unbeobachtet rumstehen lassen. Das Zweite ist dann, ich habe dann natürlich auch keine Möglichkeit bzw. wahrscheinlich keine Zeit, irgendwas aufzunehmen. Das heißt, es kann möglich sein, dass wenn wir die aufgenommenen Videos ausgehen, ich dann erst mal eine Weile nichts mehr hochlade. Beziehungsweise die aktuellen Projekte wie Dune 2000, Schleichfahrt und Yesilla werden wohl erst mal ein wenig pausieren dann auch. Davon habe ich gerade gar keine Video, also davon wird nächste Woche gar nichts kommen, also nächstes Wochenende. Und ja, ich habe ungefähr, was weiß ich, 60 Videos oder so noch von verschiedenen Battles und Let's Plays, die werde ich dann mal hochladen. Und ja, ich wollte nur noch Bescheid sagen, hatte ich ja schon angekündigt, aber einige bekommen es, haben es vielleicht nicht mitbekommen. Egal, das war's. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. ? Sichati, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber heute, wir sehen uns mal die